Willkommen zurück Freunde zu einem weiteren Rätselvideo von Tormented Souls und in diesem Video möchte ich euch gerne bei dem Gewindebolzen-Fahrstuhl-Rätsel helfen, beziehungsweise wie ihr hier im zweiten Stock oder im ersten Obergeschoss hier in den Westflügelflur kommt. Dafür benötigen wir einmal diesen Gewindebolzen, den bekommt ihr, wenn ihr im Osten im ersten Obergeschoss durch die Bibliothek geht, hier im Speisezimmer von dem Pfarrer. Dort bekommt ihr den Gewindebolzen und diesen braucht ihr eben, um hier diese Tür in der Rezeption zu entriegeln. Wir setzen einmal den Gewindebolzen ein und können nun also durch die Tür gehen. Nicht wundern, ich bin hier eben schon einmal langgegangen, um die Feinde aus dem Weg zu räumen, damit diese uns nicht unnötig aufhalten. So, nun ist es ein bisschen rumgerenne. Wir gehen einmal hier in den Fahrstuhl und fahren damit runter ins Erdgeschoss. Da sind wir dann in der Kapelle. So, hier müssen wir dann diesen Wagen einmal aus dem Weg schieben, damit wir hier rauskommen. Schieben diesen Wagen aber gleich wieder rein, damit der Fahrstuhl offen bleibt und nicht wegfahren kann. So, dann geht es für uns wieder zur Rezeption, wo wir gerade den Gewindebolzen eingesetzt haben. Den müssen wir uns nämlich jetzt wiederholen. So, in der Rezeption angekommen, öffnen wir den Kasten wieder, schalten den Strom aus, damit ist die Tür erstmal wieder verriegelt. Wir nehmen den Bolzen wieder an uns und damit machen wir wieder Kehrt und gehen wieder zum Fahrstuhl in der Kapelle, wo wir eben diesen kleinen Wagen in die Fahrstuhltür geschoben haben. Und dann können wir mit dem Fahrstuhl wieder nach oben fahren. So, wir ziehen den Wagen hier aus dem Fahrstuhl wieder raus und nehmen den Fahrstuhl dann wieder ins erste Obergeschoss. Im Westflügelkorridor angekommen, nehmen wir dann unseren Gewindebolzen und tun diesen diesmal hier in den Sicherungskasten rein. Und damit sind dann auch beide Türen entsperrt. Ihr könnt also ganz normal beide Türen passieren. Und somit geht es für euch dann eben weiter hier in den Westflügelflur. Das war es von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen bei dem Rätsel helfen. Wenn es euch gefallen hat oder geholfen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und ich verabschiede mich damit und sage bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!